Wasser, Feuer oder Klimakatastrophen. Ein Schaden kann viele Ursachen haben. Er kann überall auftauchen, ob zu Hause oder in großen Industrieanlagen. Nur eines bleibt immer gleich. Wenn der Schadenfall eintritt, herrscht erstmal Chaos. Jetzt brauchen Sie einen Experten, der sich der Herausforderung stellt. Polygon Batro. Über 80.000 Schadenfälle gingen allein im letzten Jahr bei Polygon Batro ein. Auf jeden einzelnen davon konnten wir schnell, gezielt und zuverlässig reagieren. Wie das möglich ist? Mit einem Netzwerk aus über 60 Niederlassungen in ganz Deutschland. Mit einem auch für Großschäden perfekt ausgerüsteten logistischen Zentrum. Mit technischer Kompetenz, Erfahrung und großem Einsatz. Doch Polygon Batro ist mehr als das. Polygon Batro zeichnet sich heute dadurch aus, dass wir trotz unserer Größe von 1350 Mitarbeitern immer noch einen Familienbetrieb darstellen. Dass ich als Geschäftsführer fast jeden Mitarbeiter persönlich kenne, denn nur zufriedene Mitarbeiter können noch zufriedene Kunden hervorrufen. Im Schadenfall zählt vor allem Zeit. Sie müssen sich darauf verlassen können, dass jeder unserer Handgriffe sitzt. Das beginnt schon bei der Schadenannahme. Das Besondere am Kundenservice-Center ist, dass es täglich 24 Stunden in einer Doppelschicht besetzt ist. Dadurch sind wir erreichbar und die Kunden haben direkt jemanden am Ohr, der weiß, was er tut und ihnen weiterhelfen kann. Die Schadenmeldungen gehen zunächst in unserem Kundenservice-Center ein. Unsere geschulten Mitarbeiter nehmen hier die wichtigsten Daten auf und informieren dann die zuständige Niederlassung. Im akuten Notfall ist unser Notdienst in wenigen Stunden vor Ort, um schnelle Hilfe zu leisten. Ob bei großen Katastrophen oder kleineren Brand- und Wasserschäden, was Polygon Batro ausmacht, ist die schnelle und professionelle Abwicklung. Mit über 40 Jahren Erfahrung wissen wir genau, was im Schadenfall zu tun ist. Dabei verfügen wir über umfassendes Know-how. Zum Beispiel bei der zerstörungsfreien Leckageortung oder der Dokumententrocknung nach einem Wasserschaden. Besondere Expertise erfordert auch die Sanierung von Kunstobjekten. Aktuell sanieren wir nach einem Brandschadenereignis bei einem Kölner Künstler ca. 40 bis 50 Ölgemälde, die wir dann nach einer Bearbeitungszeit von ca. drei Wochen geruchsneutral an den Künstler zurückliefern. Mit unserem logistischen Zentrum sind wir auch auf Großschäden optimal vorbereitet. Gemeinsam mit unseren Niederlassungen vor Ort können wir in kürzester Zeit vielen betroffenen Haushalten gleichzeitig helfen. Dabei geht es nicht nur um das Gebäude an sich. Wir kümmern uns auch um ihren Hausrat und sanieren Möbel und Inventar. Für die hohen Ansprüche von Industrie und Gewerbe bieten wir maßgeschneiderte Lösungen. Im Notfall sind unsere Großschadentrucks schnell vor Ort. Die Hightech-Trucks bieten neben ihrem Lagerraum auch ein voll funktionsfähiges Büro mit eigener Stromversorgung und WLAN zur schnellen Koordination von Maßnahmen. Wir haben das Equipment und das technische Know-how, um die Sanierungsarbeiten bei dem Geschädigten vor Ort oder in unserem technischen Zentrum durchzuführen. Unsere Sanierungsexperten behandeln auch empfindliche Elektronik und machen sie somit wieder einsatzfähig. Und weil gerade hier im Schadenfall jede Sekunde zählt, bieten wir unseren Kunden aus Industrie und Gewerbe auch einen exklusiven Premium-Service. Für mich bedeutet, wir machen das für Sie, dass egal welcher Kunde uns anruft, vom Kleinschaden bis zum Großschaden der Versicherer oder Sachverständiger gleich behandelt wird und dass wir versuchen, die Probleme vom Anfang bis zum Ende zu erledigen für unseren Kunden. Wir machen das für Sie. Wir machen das für Sie.